Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Heute stellen wir euch Mai vor. Mai ist neu auf Jorvik, hat also alle Abenteuer noch vor sich und die Mai-Videos werden sich speziell an die neuen Spieler richten, das heißt um Hilfestellung zu geben für Quests und so weiter. Solltet ihr Fragen haben, schreibt uns einfach an, soweit wir helfen können, immer gerne. Und ja, dann startet Mai jetzt. Okay, wir befinden uns jetzt also auf der Star Stable Seite und haben jetzt erstmal viel auszuwählen. Wir haben uns für einen Star Rider Account entschieden, weil man doch einige Vorteile hat. Natürlich kann man das Spiel auch als Nicht-Star Rider spielen. Links sieht man, es gibt also auch ein Gratis-Geschenk für neue Spieler. Das werden wir nachher natürlich auch in Anspruch nehmen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Auswahl. Ihr solltet euch ruhig ein bisschen Zeit nehmen, weil viele Sachen kann man natürlich nachher im Spiel noch ändern, aber die meisten Sachen kosten Geld bzw. Star Coins und deswegen lohnt es sich auf alle Fälle hier ein bisschen Zeit zu investieren und ein bisschen durchzuklicken und zu gucken, was es für Fellfarben zum Beispiel beim Pferd gibt. Ja, und macht ja auch Spaß. Ja, dann wollen wir also mal gucken, welche Fellfarben uns zur Auswahl stehen. Für jeden Geschmack etwas dabei. Man kann natürlich auch mit der Rundumkamera das Pferd nochmal drehen, von allen Seiten betrachten, anzoomen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Dann kommen wir zur Mähne des Pferdes. Auch hier haben wir natürlich genau genug Auswahlmöglichkeiten. Also ganz sicher für jeden Geschmack etwas dabei. So, nur wird spannend. Jetzt kommt unser eigener Avatar. Viele Gesichtsformen, verschiedene Hauttypen, Frisuren. Es gibt natürlich im Spiel unzählige Frisuren, die man im Nachhinein noch erwerben kann, auch Make-up, aber die Gesichtsform bleibt. Bei Make-up auch, natürliches Make-up, etwas dominanter. Dann die verschiedenen Augenfarben. Ja, und wir kommen voran. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Das heißt, wir haben jetzt unser Pferd, unseren eigenen Avatar. Und jetzt geht es zur Registrierung. Vorab müssen wir uns aber noch einen Namen aussuchen. Und zwar für unser Pferdchen und für uns selber. Um das Ganze abzukürzen, haben wir uns also schon vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Aber ihr könnt euch dann natürlich Zeit nehmen und alles durchprobieren und durchlesen, was zu euch passt. Und dann geht es ans Registrieren. Dazu braucht ihr eure E-Mail, ein Passwort, sowie euer Geburtsdatum. Ja, bevor ihr jetzt also loslegen könnt mit eurem Spielspaß, müsst ihr noch ein paar Sachen erledigen. Nachdem ihr auf Registrieren gedrückt habt, werdet ihr also weitergeleitet, um das Spiel herunterzuladen. Hier folgt ihr einfach den erklärten Schritten. Also Schritt 1, die E-Mail bestätigen, die ihr an die angegebene E-Mail-Adresse erhalten habt. Dann einen Doppelklick auf den Download-Ordner und auf die Star Stable-Datei. Und dann einen Doppelklick auf das Star Stable-Symbol auf eurem Desktop. Und tataa, der Spaß beginnt. Und Glückwunsch, du bist jetzt ein Star Rider. Yay, super. Da freuen wir uns doch und können es kaum erwarten zu starten. Zur Geschichte. Der Legende nach nahm die Geschichte Jorwigs ihren Anfang, als ein Stern vom Himmel fiel. Der Stern nahm die Gestalt eines Mädchens auf einem Pferd an und sein Licht brachte das Leben auf die Insel. Die Geschichte dieses Mädchens inspirierte die Heldinnen, die Jorwig vor allem beschützten, das ihm schaden könnte. Ganz egal, ob diese Bedrohungen von dieser Welt ausgingen oder von anderen. Doch das größte Geschenk, das sie Jorwig machte, war eine ganz besondere Bindung zwischen Pferd und Reiter. Durch diese Verbindung ist alles möglich. Die Bewohner Jorwigs schätzen und pflegen ihre starke Bindung zu ihren Pferden. Heute ist Jorwig auf der ganzen Welt berühmt als ein Paradies für alle, die das Reiten lieben. Legenden gehören der Vergangenheit an. Die heutigen Heldinnen finden sich in den Reithallen und auf den Trails. Deine Geschichte auf Jorwig hat soeben begonnen. Du bist auf dem Weg zum Morlandstall, wo du dich um dein eigenes Pferd kümmern wirst. Ein wahrgewordener Traum. Vielleicht baust du dir hier ein neues Leben mit guten Freundinnen auf und wirst eine berühmte Reiterin. Aber tief in dir ist dieses Gefühl, das du nicht ignorieren kannst. Es ist, als würde die Insel deinen Namen flüstern. Könnte etwas Wahres dran sein an diesen alten Legenden von Heldinnen auf den Rücken ihrer Pferde? Wenn du und dein Pferd eine Einheit bildet, gibt es keine Grenzen für das, was ihr auf Jorwig gemeinsam erreichen könnt. Wie wirst du deine Zeit hier gestalten? Ja, das wollen wir mal sehen. Da bin ich auch gespannt. So, jetzt geht's endlich los. Mai startet in Morland. Ihr habt immer noch eine kleine Hilfestellung, und zwar diesen grünen Kasten. Der erklärt euch nochmal, wie ihr eure Tastatur nutzt, wie ihr was macht. Und, wenn ihr es benötigt, dann einfach da nochmal schnell nachlesen. In dem Fall jetzt die Steuerung über A, S, W und D. Auf der Tastatur, beziehungsweise rechts, die Pfeiltasten. Quests findet ihr also immer an den Charakteren, die ein Ausrufungszeichen über dem Kopf haben. In dem Fall sind wir jetzt hier bei Justin Morland. Und, ja, ihr könnt ihn ganz einfach anklicken, mit der linken Maustaste oder aber einfach mit dem E. Justin stellt sich also vor, erzählt uns, dass er der Sohn von Thomas ist, hier in Morland, und dass er zuständig ist für die Pferdepflege und sich darum kümmert, dass jedes Pferd den passenden Reiter findet. Ob wir bereit sind, unser Pferd kennenzulernen? Na, selbstverständlich. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Dann mal los. Die Aufträge starten also, wie gesagt, auf das Ausrufungszeichen, beziehungsweise den Charakter klicken. Dann öffnet sich dieses Fenster. Selbstverständlich nehmen wir den Auftrag an, mit Ja. Bei den Aufträgen könnt ihr immer Jorvik Schillige verdienen, XP für euren Charakter oder auch für euer Pferd. Und da haben wir Milky. Ja, ich bin mir sicher, dass wir gute Freunde werden. Sobald ihr einen Auftrag erledigt habt, erscheint ein grünes Ausrufungszeichen. Dann also nichts wie hin, denn solltet ihr euch ausloggen, wäre euer Verdienst, also in Form von XP, Pferd, Charakter, beziehungsweise Jorvik Schillinge weg und ihr müsstet den ganzen Auftrag, also die ganze Quest nochmal von vorne beginnen. Rechts unten im Bild habt ihr eure Minimap. Ja, sie dient dazu, euch zu orientieren, zu gucken, wo ihr seid, wo ihr hin müsst. Manchmal reicht dieser kleine Ausschnitt natürlich nicht. Dann einfach ein Klick in die Mitte und es öffnet sich die große Karte. Hier habt ihr dann mehr Überblick und das haben wir jetzt gerade mal gemacht. Ihr seht jetzt ganz genau, da wo der Pfeil ist, da ist Moorland und da stehen wir auch gerade bei Justin. Wenn ihr oben auf Karten, Symbole geht, könnt ihr auch nochmal eure Map, euren individuellen Bedürfnissen anpassen, das heißt Häkchen rein, Häkchen raus, so wie ihr es gerne haben möchtet, was ihr sehen wollt und was für euch interessant ist. Solltet ihr Post bekommen, dann habt ihr also, wie man gerade sehen konnte, links an der Minimap, ein rotes kleines Briefkastensymbol. Dann öffnet sich nach dem Klick euer Postfach. Hier sind dann Nachrichten in unserem Fall von Star Stable, beziehungsweise können es auch Nachrichten von anderen Spielern sein, von euren Freunden, die euch im Spiel eine Nachricht schicken. Am Rande der Minimap habt ihr nochmal verschiedene Symbole. In dem Fall jetzt hier war es der Rucksack, damit öffnet ihr euer Inventar. Natürlich könnt ihr das auch mit der Taste I machen und da habt ihr dann Zugriff auf Ausrüstung, auf gesammelte Gegenstände. Die nächste Quest bezieht sich auf die Pferdepflege. Jetzt lernen wir also, wie wir unser Pferd täglich pflegen. Das heißt, bürsten, tränken, füttern und die Hufe auskratzen. Die Aufgaben solltet ihr also auch täglich durchführen, weil dann geht es eurem Pferd gut. Es hat volle Leistung, es ist schneller und das ist später natürlich auch besonders bei Championaten oder so durchaus von Vorteil, wenn nicht sogar notwendig. Bürste, Hufkratzer habt ihr im Inventar, das Futter kauft ihr an den einzelnen Futtershops, die auf Jorvik überall zu finden sind und Wasser wird nachgefüllt an den Brunnen, die man hier überall sehen kann auf Jorvik. Ihr könnt mit eurem Charakter laufen oder langsam gehen und um die Geschwindigkeit zu wechseln, drückt ihr einfach die Shift-Taste. Doch jetzt erstmal noch zur Pferdepflege, ganz einfach, ihr stellt euch also vor euer Pferd, drückt auf den Kopf und im Inventar habt ihr jetzt Heu, Wasser, Hufkratzer, Bürste. Diese jeweiligen Sachen werden nacheinander angewählt und dann könnt ihr also erstmal mit der Pferdepflege beginnen. Das war's für heute, das war's für heute. Oben links habt ihr den Charakterbogen für euren Avatar und auch für euer Pferd. Wir öffnen den jetzt mal und da sehen wir also alle Angaben zum Milky und auch die Laune des Pferdes. Wenn ihr es also schön pflegt jeden Tag, dann ist die Laune bis auf Max und rechts daneben Pferdepflege, Hufkratzen, Füttern, Tränken und Bürsten hat dann jeweils ein Häkchen. Weiterhin könnt ihr also hier auch die Angaben zu eurem Pferd ablesen, also der Name erstmal ist klar. Man kann den Namen nachträglich auch noch ändern, kostet allerdings Star Coins. Die Rasse mit einem Klick, sehr interessant eigentlich, etwas zur Geschichte der Rasse. Ja, dann Level XP des Pferdes. Milky ist natürlich noch auf Level 1. Und darunter, noch nicht ausgewählt, kann man noch das Geschlecht und das Alter auswählen. Also Hengst, Stute, Jungpferd, Senior und so weiter. Unten haben wir noch die Fähigkeiten, die sind aufgegliedert in Stärke, Disziplin, Geschwindigkeit, Ausdauer, Agilität. Und diese Werte kann man verändern, verstärken, verbessern. Ja, erstmal natürlich durch das Level, aber natürlich auch später durch die Ausrüstung. Also besserer Sattel, bessere Satteldecke ergibt bessere Werte. Und je nachdem, wie ihr reitet, wo eure Defizite oder eure Stärken sind, könnt ihr das dann individuell anpassen. Ja, erstmal natürlich durch die Ausrüstung. Nochmal eine kurze Erklärung zu den Ausrufungszeichen. Also bei den gelben Ausrufungszeichen handelt es sich also immer um die Hauptquests und Nebenquests. Die sind natürlich erstmal besonders attraktiv und interessant, weil sie uns ja viel XP schenken. Allerdings solltet ihr auf keinen Fall die blauen Ausrufungszeichen vergessen, denn sie sorgen für die Rufpunkte, die wir also unbedingt benötigen, um überhaupt weiterzukommen und weiterhin Hauptquests und Nebenquests erfüllen zu können. Sonst habt ihr nämlich irgendwann das Problem und es erscheinen keine gelben Ausrufungszeichen mehr. Und dann müsst ihr nur noch die blauen machen und das ist ziemlich, ja, ermüdend. Also immer schön im Verhältnis bleiben und auch die blauen auf jeden Fall beachten. Euer Charakter kann sich also durch die Erledigung der täglichen Aufgaben Rufpunkte verdienen. Dadurch steigt ihr in der jeweiligen Region, in der ihr gerade tätig seid, im Ruf. Ja, ein bisschen unsicher sieht die gute Maya aus, aber das kann man ihr ja nicht verdenken. Das kennen wir ja schließlich alle. Neuer Ort, neue Leute, neue Aufgaben. Man weiß nicht so richtig, was auf einen zukommt. Andererseits ist es natürlich hier die Chance, neue Leute kennenzulernen und eventuell Freundschaften fürs Leben zu schließen. Und irgendwie habe ich so den Verdacht, dass das durchaus passieren könnte. Und ich sehe da schon ein grünes Ausrufungszeichen leuchten. Aber vorab gucken wir nochmal kurz in unseren Pferdebogen bzw. Charakterbogen. Ja, wie man sehen kann, die Ausrüstung ist also noch nicht so toll. Sieht zwar schick aus, aber hat natürlich noch keine Werte. Das wird sich im Laufe des Spiels ändern. Und hier eben erwähnt und gut zu erkennen, der Reiter für den Ruf. Wir sind also jetzt hier Moorlandstelle und sind noch neutral und haben jetzt 30 von 500 Punkten. Je mehr Aufgaben wir erfüllen, desto schneller steigen wir natürlich im Ruf. Dann schauen wir nochmal in unseren Rucksack, also öffnen unser Inventar. Und was wir da jetzt sehen, außer dem Pferdefliegezubehör, sind jetzt die Geschenke, die wir von Star Stable bekommen haben zum Abschluss. Unsere Star Rider Accounts. Ja, also einige sind erst ab Level 9 zu benutzen, aber das, was wir jetzt schon verwenden können, werden wir natürlich schon mal nehmen und uns schön ausstatten, so wie unser Pferd. So, jetzt zum nächsten grünen Ausrufungszeichen. Ja, und nun lernen wir also unseren nächsten Charakter kennen. Das ist die Maya nach Justin. Und Maya ist sehr fleißig. Sie verdient sich ein bisschen Geld dazu, indem sie in ihrem Sommerurlaub hier im Stall hilft. Und natürlich hat Maya auch gleich einen Auftrag für uns und schickt uns dazu erstmal zu Jenna. Ja, wie man sehen kann, ist es also auf Jorvik sehr einfach und geht sehr schnell, neue Leute kennenzulernen. Und Jenna möchte jetzt also erstmal gucken, ob wir sicher auf dem Pferd sind und im Umgang mit dem Pferd, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, denn Sicherheit geht vor. Na, dann wollen wir mal zeigen, was wir so bei unserem ersten Rennen drauf haben. Ja, dann wollen wir mal zeigen, was wir so bei unserem Rennen drauf haben. Na, großartig. Jenna ist zufrieden und ehrlich gesagt war ja in diesem Ritt auch nichts auszusetzen. Graben. Vielen Dank.